Schön, dass du da bist in der Fotobuch-Ecke. Deinem Podcast für Bildbände und Fotobücher. Herzlich willkommen zurück in der Fotobuch-Ecke. Aber heute ist etwas anders. Heute ist die Fotobuch-Ecke nicht so wie sonst, sondern es ist die Fotobuch-Plauder-Ecke. Das ist eine neue Idee und dazu möchte ich ganz herzlich begrüßen in Hamburg Florian Renz. Hallo Thomas, ich grüße dich auch. Was haben wir vor, Florian? Wir hatten uns ein bisschen überlegt, du warst ja zuletzt Gast mit deinem Bildband Dear India und wir hatten uns überlegt, dass wir jetzt mal etwas anderes machen und hoffentlich auch regelmäßig, dass wir beide uns über Bücher unterhalten, gar nicht über unsere eigenen Bücher, sondern dass sich jeder ein Bildband aussucht und den dann hier vorstellt, richtig? Genau, das ist so die Idee, weil wir mögen ja beide gerne Bildbände und wir haben gesagt, dass wir uns für jede Folge ein Motto überlegen. Wir wollen heute mal starten mit berühmten Fotografen und welche Motto-Motiv wir in den kommenden Folgen haben werden, das werden wir uns noch überlegen. Und jeder von uns beiden hat sich jetzt einen Fotograf und einen Bildband rausgesucht und das Spannende ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, ich bin auch schon ganz gespannt, Thomas, ich weiß noch nicht, was du mir vorstellen wirst und du weißt auch noch nicht, was ich dir vorstellen werde. Ja, genau, das ist auch in der Tat spannend und vor allem hatte ich schon kurz vor mir Fotos von dem Bildband zu schicken und dann bis mir einfällt, ach Moment, wenn ich jetzt Fotos schicke, dann ist das mit der Überraschung natürlich so ein bisschen hinfällig. Ich bin auch mal gespannt, weil man kann sich nicht darauf vorbereiten, ist es für mich was anderes. Normalerweise bin ich immer auf das Gespräch irgendwie ein Stück weit vorbereitet, jetzt bin ich auf mein Bildband vorbereitet. Ich muss aber jetzt aktiv selber was vorstellen, was ich sonst immer dem Gast überlassen habe. Es wird ein neues Projekt. Ich denke, wir werden das versuchen, so haben wir es ja geplant, regelmäßig zu machen. Einmal im Monat, dass wir uns da unterhalten, immer unterschiedliche Themen. Und dann, glaube ich, wird das, glaube ich, ganz, ganz gut. Und dann können wir auch direkt hier schon mal sagen, wir sind auf das Feedback gespannt. Also gerne E-Mails schreiben oder auf anderen Kanälen uns irgendein Feedback zukommen lassen. Das hilft dann, wie das ankommt, wie man so ein Projekt, was ja auch immer ein Stück weit im Fluss ist, dann auch weiterentwickeln kann. Aber bevor es losgeht, denke ich, machen wir jetzt erstmal nochmal ein bisschen gucken, was es noch so geht, abseits von Bildbänden. Florian, ich weiß, dass du vor nicht allzu langer Zeit wie viele andere auch auf der Photopia warst. Kannst du da kurz was erzählen? Ja, genau. Ich habe es ja nicht weit. Ich konnte tatsächlich mit dem Fahrrad zur Photopia fahren. Das ist für viele Fotografen und Fotografinnen natürlich totaler Luxus. Für dich aus Mönchengladbach wäre es ja auch ein ganz schön weiter Weg gewesen. Deswegen, ja, ich habe es total leicht. Ich habe mir diesen Luxus gegönnt und war an drei von vier Tagen auch dort. Und zwar tatsächlich meine dritte Photopia. Die hat jetzt auch zum dritten Mal stattgefunden. Und ich kann dir sagen, Thomas, es war bislang die beste Photopia. Es war auch die vollste. Also nicht zu voll, aber man hat gemerkt, von Jahr zu Jahr ist es jetzt ein bisschen voller geworden. Und sie glänzt eigentlich dadurch, finde ich, dass sie nicht so ist wie früher, die Photokina war. Die kennst du ja sicherlich auch noch. Sondern, na, also es ist halt eigentlich nicht diese klassische Messe, sondern es hat wirklich was von einem Festival. Und was für mich eigentlich das Schöne war, es gab mehrere kleine Bühnen, die quasi ein Festival im Festival gemacht haben. Also Chromland, das analoge Programm mit einer kleinen Bühne und aber auch ganz vielen tollen Aktionen. Dann gab es die GDT-Naturbühne, wo sehr viel Reisefotografie und Naturfotografie war oder auch das German Street Fotografie Festival. Und alle drei hatten eigentlich gemeinsam, dass sie nicht die große Bühne bespielt haben, sondern kleine waren, die so ein kleines Liebhaberprogramm hatten. Und für mich hat das so ein bisschen dieses Festival ausgemacht, natürlich dort auch Fotografen, Fotografinnen zu treffen, mit ihnen zu plaudern, die vielen Ausstellungen. Und eigentlich, ja, Thomas, du hast halt gefehlt, weil du stattdessen, was hast du gemacht an dem Wochenende? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich konnte auf jeden Fall definitiv nicht. Das weiß ich noch. Und ich hatte, als die Photokina den Termin feststand, hatte ich auch festgestellt, dass das bei uns mit der Urlaubsplanung nicht geht. Aber wo ich da jetzt konkret war, müsste ich nachgucken. Aber ich konnte nicht, und das Ärgerliche war, dass man in den Instagram-Stories von allen möglichen Leuten nur gesehen hat, dass die da sind. Also, dass da wirklich so wie so ein Klassentreffen alle möglichen Leute waren und immer neue und das Ganze über vier Tage hintereinander. Das war schon so ein bisschen, für jemanden, der da nicht da ist, ziemlich anstrengend und, ja, ärgerlich. Ja, gut, muss man gucken, dass man es beim nächsten Mal irgendwie besser timet und besser hinkriegt und dass man da auch hinkommt. Es steht ja schon der nächste Termin fest. Den hast du mir ja freundlicherweise direkt geschickt. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist vielleicht ganz gut, wenn du jetzt nochmal den Stift zückst und notierst. Es ist tatsächlich der 10. bis 13. Oktober 2024. Auch wieder in Hamburg. Auch vier Tage. Ja, dann würde ich sagen, schreiben wir das beide in unsere Kalender. Und dann würde ich sagen, gehen wir nächstes Jahr zusammen über die Photopia und schauen mal, was es für Bildbände auch dort gibt. Ja, wollte ich gerade sagen, gab es denn auch irgendwelche Ecken für Bücher? Also war da irgendwie die Möglichkeit, dass man irgendwie Fotobücher sehen könnte? Ich weiß nicht, die üblichen Verdächtigen, D-Punkt, Rheinberg Verlag oder halt auch irgendwelche möglicherweise Verlage, die Bildbände ausstellen? Nee, also es waren zwei, drei Liebhaberstände dort. Da konnte man tatsächlich ein bisschen Printmaterial in die Hand nehmen. Aber die großen Verlage habe ich zumindest nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. Und dann was aber natürlich da war, was immer da ist, ist Zewel und Co., wo du dir dein eigenes Fotobuch machen lassen kannst. Aber das wäre natürlich auch nochmal eine schöne Idee, wenn die großen Verlage auch mit am Start sind. Ich erinnere mich so früher auf Fotokina und so, da gab es ja dann immer viel anzuschauen und auch Messepreise, wo man Bücher mit nach Hause nehmen konnte. Ja, du hast vollkommen recht. Jetzt, wo du es sagst, habe ich das ein bisschen vermisst. Gut, Messepreise weiß ich gar nicht, wie das ist mit der Buchpreisbindung, ob das auf Messen so geht. Wie ist das denn vom Publikum her? Also die Fotokina war ja eigentlich eine Industrieausstellung. Das heißt, es ging die Menschen, die in der Fotoindustrie arbeiten dahin, um da Geschäfte zu machen. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist eher so ein Event, wo die Hobbyfotografen oder die Profifotografen hingehen, aber jetzt nicht so sehr die Industrie, oder? Also das untereinander, Business to Business, glaube ich eher nicht, oder? Ja, würde ich auch so sehen. Also ich glaube, es ist eine Consumer-Messe aus meiner Sicht. Das sieht man auch am Programm, dass dort ganz viel für wirklich auch ein breites Publikum angeboten wird. Also ob du jetzt dich für Drohne interessierst, für Analogfotografie, auch für sehr technische Bereiche. Aber all das, was du siehst, ist aus meiner Sicht schon an den Konsumenten gerichtet. Gut, ich habe hier gesehen in unserer To-Do-Liste, du hast dann noch direkt eine Neuvorstellung, die du dann machen möchtest. Konntest du die auf der Fotokina sehen, den nächsten Punkt? Ja, tatsächlich, also bringe ich, ich bringe es mit der Fotopia auch zusammen, die Nikon ZF, die Neuerscheinung, die wurde, glaube ich, zwei Tage vor der Fotopia vorgestellt. Und dort hatte man die Rechte Gelegenheit, die in die Hand zu nehmen, ein bisschen rumzuspielen. Ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, es ist quasi so eine Nikon Z6 II. Ich bin da ein bisschen dünn, was Nikon angeht und die Kameras, aber so habe ich das verstanden in einem Retro-Gehäuse. Da gab es ja schon eine Nikon ZFC, die war noch APS-C. Jetzt haben wir eine Kleinbildkamera, die auch wirklich im hochwertigen Retro-Gehäuse ist, erinnert so ein bisschen an die alten Nikon-Spiegelreflex-Kameras. Richtig, richtig schönes Ding, hat mich auch total begeistert. Und ich habe auch bei Nikon mal angefragt, ob ich ein Exemplar bekomme für meinen Blog, ob ich da was schreiben kann. Und die haben aber dann die Rückmeldung gegeben, dass sie tatsächlich im Augenblick kaum Exemplare haben. Und wenn, es hatte mich ein bisschen verwundert, würden sie das lieber an Nikon-Fotografen geben. Ich sei ja eher so in Richtung Fuji und Leica und da wäre ich sicherlich nicht die richtige Zielgruppe. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich glaube tatsächlich, dass sie so Kandidaten, die gerne mit Fuji APS-C fotografieren, ansprechen könnten. Dass sie vielleicht auch ein paar Leica-Fotografen ansprechen wollen, die auch mal einen Autofokus gebrauchen könnten. Aber gut, das habe ich jetzt mal so abgespeichert als die Strategie von Nikon anscheinend. Aber nichtsdestotrotz, ich finde sie wirklich lecker. Das ist so, was ich in unsere Notes geschrieben habe, was ich unbedingt mit ihr teilen wollte. Ganz kurz noch eine Nachfrage zu Haptik. Wie ist die so von der Haptik? Ist das ein Metallgehäuse oder ein Kunststoffgehäuse? Ja, die ist erstaunlich gut und du spielst wahrscheinlich auch darauf an, dass die Nikon ZFC, das APS-C-Modell, das war dann doch ein bisschen, ja, ein bisschen, man hat es gemerkt, dass die Haptik nicht ideal war, sage ich mal. Und die ist jetzt aber wirklich ohne Wenn und Aber auch ganz schön schwer dafür. Auch das geht einher, wenn ich eine hohe Qualität habe, dann wird sie auch ein bisschen schwerer. Aber liegt wirklich gut in der Hand und ich kann mir die halt ganz gut vorstellen, so mit manuellen Linsen, auch mit Altglas dran, wäre für mich ein Traum, muss ich wirklich sagen. Hm, okay. Am 14. Oktober, also um das hier ein bisschen transparent zu machen, wir nehmen heute am 12. Oktober auf, am 14. Oktober beginnt und das ist ein digitaler Filmeinsatz für eine analoge Kamera. Also das ist eine Filmrolle mit einem Microforce Center oder Chip dabei, den man dann anstelle eines Films in eine analoge vorhandene Kamera bringt. Und das dachte ich, wäre vielleicht so das, wie ich meine analogen Kameras, von denen ich ein paar hier noch rumstehen habe, wirklich nutzen kann. Mich scheut im Moment der Digitalisierungsprozess, wenn man analoge Bilder gemacht hat, weil ich möchte sie dann doch schon noch irgendwo in der Festplatte haben, dann auch sortieren können und nicht in Schuhkartons dann die Bilder sammeln. Und ich dachte, vielleicht könnte man das damit dann halt erledigen und auf den ersten Moment fand ich das nämlich wirklich gut, das sieht wirklich aus wie so eine kleine Filmkassette, an der dann quasi, wo die Lasche rauskommt, ein kleiner Sensor, ja, dran ist, der dann hinten einfach eingesetzt wird. Ich habe mir das jetzt dann danach mal ein bisschen genauer angeguckt, die Preise im Kickstarter, man kauft es ja nicht, sondern man investiert ja in ein mögliches Projekt, sind dann für den Early Bird irgendwo bei knapp 6 oder 540, warum es hier in Schweizer Franken steht, weiß ich nicht, 540 Schweizer Franken und es soll ja irgendwie später mal bei knapp 1000 Euro liegen, wenn es denn dann wirklich ausgerollt wird. Kann man sicherlich auch für den Preis irgendwie nehmen, aber was ich danach gesehen habe, ist, weil ich dachte, wie funktioniert das denn mit Batterie, mit Akku und 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 dann wurde es ein bisschen, was mich dann halt so ein bisschen abhalten lässt, ein bisschen schwierig, das ist, es wird so unten an die Stativschraube, wird ein kleiner Kasten angeschraubt, wie so ein Handgriff, den man ja manchmal hatte, mit einem extra Auslöser dabei und das sieht nicht mehr ganz so haptisch optimal aus, also wenn ich eine schöne analoge Kamera habe, dann habe ich sie auch wegen der Abtick, wegen der Einstellmöglichkeiten und wenn ich dann darunter so einen Kasten schraube, dann habe ich zwar das Problem, dass das dann digital ist oder das habe ich gelöst, aber ich glaube, ich schaffe mir ganz viele neue Probleme und ich hatte wirklich gedacht, sie hätten das alles hingekriegt, dass der ganze Akku und Auslösekram alles in diesem kleinen Filmdöschen dann mit quasi drin ist. Das ist wahrscheinlich technisch nicht ganz so einfach, verstehe ich, ich finde die Idee auch gut, dass man das auf die Art und Weise eine analoge Kamera macht, nicht hinten die Rückplatte abschrauben muss und und und, sondern es da reinsetzt, aber unten drunter dieser doch noch relativ kräftige, breite Kasten, der lässt mich momentan so ein bisschen zurückschrecken, muss man vielleicht einfach mal sehen, wie es ist, wenn es dann wirklich ausgerollt ist, also ob es wirklich erstmal klappt. Das Crowdfunding-Ziel ist irgendwo knapp 26.000 Euro. Ich vermute, dass sie das relativ zügig hinkriegen. Die Ersteller hatten das Ganze ja schon mal mit so einem digitalen Rückteil gemacht vor ein paar Jahren, ich glaube 2018 war es gewesen und jetzt machen sie es halt mit dieser digitalen Filmrolle und vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Produkt, was dann diesen Kasten darunter weg hat. Also ich fand es ganz spannend zu sehen, weil das ist für mich, du hast eben das Chromeland bei der Photopia angesprochen, ich finde analog und die analogen Kameras mit all ihren Möglichkeiten, auch mit den Linsen, die dann dabei sind, ziemlich gut, aber mir fehlt halt das, ja, der digitale Prozess. Also ich finde es ein total spannendes Projekt, was du ausgegraben hast. Sollten wir unbedingt in die Shownotes reinpacken, dass es unsere Hörer auch anschauen können. Ich sehe das ähnlich wie du, ich finde es total spannend, aber ich bin mal auch, ich bin noch echt unsicher, wie das nachher sein soll, aber das ist ja das, wovon wir träumen, dass wir aus den analogen Kameras noch irgendwie was Digitales rausholen. Richtig guter Tipp. Ja. Mal angucken und ja, gucken. Florian, machen wir weiter mit unseren Büchern? So machen wir das, ich meine, deswegen haben wir uns ja auch getroffen heute. Vielleicht sagen wir nochmal dazu, dass die Hörer wahrscheinlich schon wissen aus dem Folgentitel oder aus den Shownotes oder aus der Beschreibung, welche Bildbände wir uns vorstellen. Wir wissen es jetzt noch nicht, aber wer uns zuhört, kann gerne auf den Instagram-Kanal der Fotobuch-Ecke gehen, weil wir dort auch Abbildungen von unseren Bildbänden drin haben. Und so habe ich mir das zumindest gedacht, Thomas, dass wenn ich dir nachher was über mein Bildband erzähle und auf zwei, drei Bilder auch eingehe, dass die Hörer sich das auch anschauen können. So machen wir es auf jeden Fall. Und wer der Fotobuch-Ecke auf Instagram noch nicht folgt, hat dann damit die Möglichkeit, das dann zu machen. Und wäre eine optimale Gelegenheit. Ja, dann legen wir doch direkt los. Ich würde ja normalerweise dir den Vortritt lassen, das erste Buch zu zeigen. Aber wir können es auch noch so machen. Du hast die Wahl. Du darfst sagen, soll ich es zuerst vorstellen oder soll ich es zuerst legen? Thomas, weißt du was? Ich habe ja in der letzten Folge, durfte ich ja meinen Bildband schon vorstellen. Das heißt, ich würde dir heute den Vortritt lassen. Und ich bin total gespannt. Lass mich noch einen Satz sagen. Was wir gemacht haben, ist in den letzten Tagen, dass wir uns einmal eine Nachricht hin und her geschickt haben. Und ich habe gesagt, Thomas, es ist für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir uns den gleichen Fotografen raussuchen. Ich sage dir mal den Anfangsbuchstaben des Vornamens meines Fotografen. Und ich habe gesagt, mein Fotograf fängt mit F an. Und dann hast du mir zurückgeantwortet, ja, fast meiner fängt mit E an. Und jetzt, ich habe schon ein bisschen geraten. Ist ja ein berühmter Fotograf. Aber ich bin sehr gespannt und würde dir jetzt gerne die Bühne geben für den Fotografen mit E. Hast du eine Idee, wer es ist? Kennst du einen Fotografen, dessen Vorname mit E beginnt? Gib noch einen Tipp, der hat auch den Nachnamen mit E. Ja, das ist ein Doppel-E. Das habe ich fast schon mir gedacht. Hast du gemacht? Okay. Er heißt Elio Romane Erwitz. Das ist zumindest der Geburtsname. Besser bekannt ist er unter dem Namen Elliot Erwitz. Und genau, also vielleicht erst mal zu dem Bildband, den ich mir ausgesucht habe. Es ist der Bildband Elliot Erwitz, Scotland. Praktisch ist der Bildband nicht, denn er ist ziemlich groß. Es ist ein großer und schwerer Bildband. Und wenn ich mir hier meine Aufnahmesituation angucke mit Mikro, Monitor und allem Grönlichen, da passt der Bildband gar nicht mehr so richtig auf den Schreibtisch drauf. Der hat, ich meine gut, so groß ist es jetzt auch nicht, 27 mal 36 Zentimeter. Aber wenn man das Ganze aufklappt, dann ist man ja schon bei über 50 Zentimetern. Das ist schon echt großer Bildband. Ich gucke mir sowas gerne immer auf unserem Esstisch an, wenn der schön leer ist und dass man da dann schön das Ganze machen kann. Das ist jetzt hier auf meinem Schreibtisch alles ein bisschen beengter. Da hätte ich mir was Kleineres besser aussuchen sollen. Ich kann es auch nicht so richtig gut für dich jetzt in die Kamera halten. Davon profitierst ja auch nur du. Aber dafür ist er relativ groß. Das ist der Bildband, den ich mir heute ausgesucht habe. Aber vielleicht erst mal ganz kurz zu Elliot Irvid. Ich weiß nicht, wie weit du ihn kennst. Es ist ein Fotograf, der noch lebt. Er ist mittlerweile 95 Jahre alt. Er ist 1928 geboren in Paris, aber schon als Kind hatte er schon einiges. Er ist schon eigentlich rumgereist. Ich glaube, die Eltern waren russische Einwanderer in Paris. Die sind dann nach Mailand gezogen. Dann wieder zurück nach Paris. Noch 1939 emigriert nach New York. Gut, die Situation hat das Ganze hergegeben. Sie waren Juden. Und danach ist er in Amerika ein bisschen rumgereist. Nach Los Angeles wieder zurück nach New York. Hat da im Alter von 20 Jahren Robert Kapper, den Gründer von Magnum. Und ich glaube, der Robert Kapper ist auch ein Begriff, kennengelernt. Und die Fotografie hat ihn da dann so ein bisschen auch schon dann langsam gepackt. Der ist dann nochmal ein bisschen rumgereist, auch durch Europa in der Nachkriegszeit. Italien, Frankreich. Aber so richtig zum professionellen Fotografen hat er sich dann erst nach der Rückkehr in den Anfang der 50er Jahre entwickelt. Wurde dann vom Militär in Amerika eingezogen. Und musste da dann, oder was heißt musste, durfte da dann auch fotografieren. Also konnte da seine Fotografie weiterentwickeln. Und folgte dann 1953, ein paar Jahre, ich muss gucken, ich weiß gar nicht wann, Magnum. Ich glaube, Magnum ist 1947 gegründet worden. Das hatte ich mir doch auch irgendwo aufgeschrieben. Ne, steht hier nicht. Aber ganz zu Beginn der frühen Magnum-Jahre wurde er dann von Robert Kapper eingeladen, doch auch Magnum-Fotograf zu werden. Und das hat er wahrgenommen und ist bis heute aktiver Magnum-Fotograf. Also schon eine ziemlich lange Zeit. War auch mehrfach Magnum-Präsident und hat fotografiert. Was er fotografiert, war so ziemlich alles. Magazinfotografie, journalistische Fotografie, Werbefotografie. Ich persönlich kenne ihn von seinen Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Sie sind häufig, hat es was mit Hunden zu tun. Er hat eine sehr große Vorliebe zu Hunden. Es gibt auch eigene Bildbände nur über Hunde. Und auch bei dem Bildband, den ich heute jetzt vorstelle, Elliot Irwitt Scotland, sind auf dem Titelbild vier Jagdhunde großformatig abgebildet, aber auch in schönem Schwarz-Weiß. Und ja, wie gesagt, Elliot Irwitt fotografiert, immer mit so einer gewissen humorigen Note. Kommen wir zu dem Bildband. Bildband, wie gesagt, Großformatik, habe ich schon gesagt, hat knapp 160 Seiten, 150 Fotos sind in dem Bildband drin. Ich habe beim Recherchieren jetzt gesehen, ich hätte geschworen, den kann man noch bestellen. Kann man aber nicht. Der Bildband ist 2018 erschienen im T-Neues Verlag, aber er ist vergriffen. Man kann ihn nur noch im Antiquariat kriegen. Ich meine, der damalige Verkaufspreis war, glaube ich, um die 70 Euro. Jetzt im Antiquariat habe ich alle möglichen Preise gesehen, zwischen 50 Euro, aber auch teilweise deutlich über 100 Euro. Also da muss man, glaube ich, dann wirklich Glück haben. Je nachdem, wo man da gerade guckt, dass man ihn vielleicht nochmal kriegt. Er lohnt sich aber auf jeden Fall. Zumindest, wenn man Schottland mag. Vorwort, auch ganz, ganz Spannendes geschrieben. Von einem schottischen Autor, ich kannte ihn nicht, ein Krimi-Autor. Alexander McHale-Smith. Daraufhin habe ich mir auch mal seine Bücher angeguckt. Weiß ich nicht, habe ich mir auch mal auf eine To-Do-Liste oder auf einen Wunschzettel geschrieben. Da kann man auch mal ein Buch von lesen. Der schreibt ein ganz, ganz eingängiges, ganz schönes Vorwort. Warum habe ich den Bildband ausgesucht? Es sind zwei Sachen. Zum einen, ich mag Schwarz-Weiß-Fotografie. Und ich mag Schottland. Das bietet sich dann schon mal an, dass man dann auch ein Bildband über Schottland sich anguckt. Und es sind halt ziemlich zeitlose Fotos, die er macht. Ich muss gestehen, ich habe bis zum Ende, als ich mir den Bildband angeguckt habe, den ich habe ihn schon lange, ich glaube, ich habe ihn sogar kurz nach 2018 mir gekauft, habe ihn aber ganz lange weggetan für einen Moment und dachte, jetzt ist doch der richtige Moment, den man sich wirklich anzugucken. Ich habe ihn noch gar nicht gekauft. Ich habe ihn geschenkt bekommen, fällt mir dabei ein. Und hatte aber wirklich gesagt, das ist kein Bildband für mal so zwischendurch. Und habe ihn mir halt jetzt wirklich dann nochmal Bild für Bild und ganz genau angeguckt. Man kann meiner Meinung nach auf den ersten Blick gar nicht so richtig erkennen, wie alt die Fotos sind. Das findet man hinterher. Erinnert mich auch in vielen Bereichen an deinen Dear India, muss man sagen. Du hast ja das kleine Begleitheft dabei gebracht. Hier hat der Elliot Erbit oder der Herausgeber es so gemacht, dass die Fotos hinterher nochmal in so einer Art Index sind. Und da stehen dann zumindest die Aufnahmen, die Zeit, die Daten, wann die Bilder aufgenommen sind, das Jahr, nicht mehr, das Jahr. Und die sind gerade mal 2012, also sechs Jahre vor Erscheinen des Bildbandes, aufgenommen worden. Muss man auch sagen, da war Elliot Erbit auch schon deutlich über 80, als er die aufgenommen hat. Aber sie sind zeitlos. Du kannst das nicht so wirklich erkennen. Da ist jetzt kein Gegenstand, wo du sagst, ich denke an dein Taj Mahal-Bild, wo die Handys im Vordergrund sind. Dass man erkennen kann, okay, das muss eine Zeit sein, wo schon ziemlich Smartphones ziemlich aktiv waren. Es sind ein paar Autos dabei. Also du siehst, dass es keine 100 Jahre alt ist oder keine 50 Jahre alt ist. Aber es könnte genauso gut auch in den 90ern oder vielleicht sogar in den 80er Jahren aufgenommen worden sein. Also es sind relativ zeitlose Bilder. Das Ganze ist riesengroß präsentiert. Das macht natürlich immer was her. Ich finde es spannend, wie er die Bilder angeordnet hat. Es ist keine Chronologie da. Man sieht Szenen, die am Beginn des Bildbandes sind und auch später nochmal wieder auftauchen. Also es wiederholen sich manche Sachen, obwohl da also jetzt nicht irgendwie eine Reise ist durch das Land. Sondern er, also dass man so sagt, wir waren erst in Edinburgh und dann sind wir in die Highlands. Dann sind wir später in Glasgow gewesen oder sowas. Sondern er versucht das thematisch so ein bisschen zu machen. Am Anfang beispielsweise fängt es damit an, dass Landschaftsaufnahmen, so ganz klassische, typische schottische Landschaftsaufnahmen dabei sind, die das Ganze präsentieren. Und man so ein bisschen ins Land reingeholt wird. Und dann geht ja verschiedene Themen einfach durch. Also es sind Stadtszenen drin. Danach kommen ganz viele Feste. Danach geht es in die Textilindustrie. Angefangen von den Schafen, aber dann von der Weiterverarbeitung der Wolle. Dann werden wieder Hochzeiten gemacht. Immer wieder mal Landschaftsaufnahmen dazwischen. Und also ruhigere Szenen quasi. Danach wieder Szenen mit mehr Menschen. Viehmarkt, Jagd. Ich hatte das Titelbild gerade eben schon mal beschrieben. Also da gibt es dann ganz viele, ganz viele Bereiche. Wirklich auch, wenn man sich ein Bildband gestalten will, ist das ganz gut gemacht. Weil er dann auch mal Serien hat, wo er viele Bilder, die ähnlichen Inhalte sind. Also ich sprach gerade von der Jagd. Und dann einfach sagt, okay, das macht er jetzt nicht als sechs großformatige Doppelseiten. Sondern da werden dann viele kleine Bilder auf einer Seite präsentiert. Um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Und ja, abschließend mit diesem Index, wo da nochmal alles drin steht. Welche Szene das ist, was das ist, was er da präsentiert hat. Und ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Das wäre jetzt so das Allgemeine zum Bildband. Ich würde jetzt noch so zwei, drei Bilder. Ich habe mir ganz viele markiert, die ich eigentlich zeigen könnte. Eigentlich könnte ich jetzt jedes Bild von den 150 durchgehen und mir sagen, was mir dazu einfällt. Aber ich glaube, das würde den Rahmen ein Stück weit sprengen. Und deswegen, weiß ich nicht, würde ich einfach mal so ein paar Bilder kurz beschreiben. Weil es ist ja ein Audio-Podcast. Dass man weiß, worum es geht. Was mir an dem Bild besonders gefällt. Warum ich das ausgesucht habe. Wenn es recht ist. Ja, ich freue mich total drauf. Bin schon sehr gespannt. Ich halte es dir, das ist gemein, aber ich halte es dir einmal kurz in die Kamera. Also du siehst, es ist ein großformatiges Bild, also auf über 50 Zentimetern in der Breite mal 36 Zentimetern in der Höhe. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, sagte es gerade. Ein alter Land Rover, so ganz klassisch mit wenig Luxus, mit wenig Schnörkelei, zieht einen Fischen-Chips-Wagen. Von hinten wird er fotografiert. Vor dem Fischen-Chips-Wagen kann man so den Verkäufer oder die Verkäuferin, das Geschlecht kann man schon gar nicht sehen, weil sie halb verdeckt wird. Sowohl vom Einkaufswagen als auch von der Hand von irgendwem gerade irgendwas zubereitet. Fischen-Chips steht auf dem Anhänger drauf, also wird es schon Fischen-Chips sein. Und davor hat sich eine Menschenmenge, acht Leute, versammelt, die brav in der Schlange stehen und die Bestellung für ihre Fischen-Chips aufgeben. Im Hintergrund leicht hügelige Landschaft, ein See, ein bisschen felsige Landschaft. Es macht halt so das klassische Schottland, so wie man es kennt. Und das Bild habe ich deswegen genommen, weil es erstmal eine typische Alltagsszene ist. Also da ist jetzt nichts Brillantes drauf, wo man sagt, mein Gott, das ist jetzt aber was, was man noch nie gesehen hat. Nur ganz im Gegensatz, wahrscheinlich fährt man häufig dran vorbei. Und mich erinnert genau dieser Wagen, 2012 aufgenommen, ich sagte es eben, an das Schottland, wie ich es 2009 gesehen habe. Da waren wir nämlich genau an so einem Typ, ich weiß nicht, ob wir an dem Wagen waren, aber wirklich so ganz einfache Szene. Und haben da gestanden und wollten eigentlich weiterfahren, aber weil so viele Schotten davor standen, haben gesagt, dann muss das extrem gut sein. Es war auch gut, das Fischen-Chips. Und die stehen hier teilweise im Kilt und also wirklich so ganz klischeehaft schon fast. Und daran erinnerte mich das. Und das war so eine Szene, die man ähnlich auch schon mal erlebt hat, als wir dann in Schottland waren. Und daran hat es mich erzählt und ich fand es einfach gut, dass das Bild so präsentiert wird. Und dann auch so einfach dann festgehalten wird für die Nachwelt. Ich vermute, dass sich auch da was tut. Da kann man so ein bisschen erahnen, wahrscheinlich gibt es jetzt ein moderneres Auto als diesen alten Land Rover. Obwohl, wenn er fährt, fährt er wahrscheinlich auch noch 30 Jahre weiter damit. Und das kann man gucken. Das fand ich zum Beispiel ganz, ein ganz schönes typisches Bild. Ich könnte, wie gesagt, ich könnte ganz viele Bilder durchgehen. Ich überlege jetzt, welches ich jetzt als nächstes nehme. Ja, das nehmen wir mal. Ich habe ein Bild, auch das halte ich dir mal wieder in die Kamera. Das ist der Zeitpunkt für alle jetzt, wieder auf Instagram nachzuschauen. Das ist also eine Doppelseite, wo wir links sehr viele Bilder sehen und rechts ein, aber spannend. Genau, genau so ist es. Auf der linken Seite sehen wir neun Bilder, dreimal drei und auf der rechten Seite ein querformatiges Bild. Und das ist jetzt das, was ich eben so angedeutet habe. Da hat er sich eine Serie überlegt. Er ist anscheinend, in Schottland hat sich ein Motiv herausgesucht und zwar Vogelscheuchen. Alle möglichen Arten von Vogelscheuchen. Entweder so diese ganz klassische, gar nicht großartig verzierte Vogelscheuche und danach, ich weiß nicht, ob das in Schottland üblich ist, dass man Vogelscheuchen so verkleidet. Sie sind also einmal mit einem Kaffeetisch daneben steht die Vogelscheuche, dann einer mit einer selbst gebastelten Gitarre daneben, eine Vogelscheuche in Form einer Hexe auf einem Hexenbesen, eine Vogelscheuche mit so einem Fischerhemd an und eine lustige Mütze auf, eine Vogelscheuche als Panda-Bär verkleidet mit einem Schottland-Trikot oder Schottland-T-Shirt irgendwie in der Hand, eine mit einer Militäruniform. Also die Vogelscheuchen in Schottland scheinen sehr vielseitig zu sein. Auf dem großen Bild hat er eine Vogelscheuche fotografiert, die auf dem Boden liegt und sich anscheinend von ihrer langen Arbeit ausruht, auf einer Sonnenliege mit Badelatschen daneben im Bikini. Also insofern quasi so eine Sammlung und das dann aber auch schön präsentiert. Und ich glaube, das wäre im Bildband auch zu viel, wenn man jetzt da zehn Seiten lang nur Vogelscheuchen gemacht hat. So hat er aber die Kollektion dann auch in den Bildband reinbekommen. Und das fand ich halt besonders gut und clever gelöst, wie man so eine Serie, so eine Sammlung, die wir ja alle vielleicht irgendwo so im Hinterkopf haben, sagen, ich sammle mal das und das Motiv und weiß aber gar nicht, was ich damit machen will. Auf die Art und Weise kriegt man das dann auch in so einem Bildband ganz gut reingelöst. Das fand ich ganz charmant. Und das ist ja oftmals auch, Thomas, finde ich, so dieser Inspirationsquell von Bildbänden, einfach sich mal ein bisschen abzuschauen, wie das andere machen. Wie du jetzt nennst, wir sammeln ja alle gerne Motive, sich mal abzuschauen, wie es Elliot Erwitt gemacht hat mit den Vogelscheuchen. Genau. Also genau daran muss ich auch denken. Ich meine, wir haben beide jetzt ein Bildband mal hergestellt und dann geht es ja immer darum, also jeder Schritt ist immer der Schwerste, erst die Bilder zu erstellen, danach sich irgendwie ein Konzept zu überlegen und irgendwann geht es dann ans Layout und dann weiß man aber auch nicht so richtig, was man machen kann. Und ich finde, das ist ein grandioses Beispiel, zu überlegen, wie man das ganz lebhaft gestalten kann, mit Doppelseiten vollformatig, Einzelseiten vollformatig, aber auch Bildern mit einem großen, weiten Rand, mit viel Freifläche, mit viel Weißfläche oder auch eine Sammlung unterzubringen, indem man sagt, pass mal auf, hier sind neun Bilder, muss man wahrscheinlich trotzdem noch was rausstreichen, und daneben dann ein Kernmotiv, was dann nochmal das Ganze macht. Und ja, also immer so die ganze Zeit deutlich. Finde ich sehr gut. Wie viele Bilder darf ich noch zeigen? Ach, willst du mir nochmal eine Doppelseite gönnen? Ja, ich hätte, also eins würde ich gerne auf jeden Fall noch, wenn ich noch zwei habe, kann ich auch. Also ich kann auch noch drei. Aber eins würde ich auf jeden Fall noch, weil es den Humor von Elliot Irwitt ganz gut beschreibt, finde ich. Also es kommt ein Hundebild jetzt, nehme ich an. Nee, das habe ich jetzt just nicht. Das könnte ich auch noch. Dann machen wir das Hundebild als erstes. Das Hundebild wäre ein Bild, als ist ein englisches oder wahrscheinlich ein schottisches Landhaus, mit einem, ja so ganz klassisch mit Giebel davor, ein paar Bäume und im Vordergrund eine große Holzparkbank, auf der, ich glaube es sind zwölf Hunde unterschiedlichster Rasse sind, dahinter im Kilt, der, jetzt bin ich beim schottischen Adel nicht so ganz, ob es ein Graf ist, also ein Schottem im Kilt mit Regenschirm und zwischen ihm und dem Haus ist dann noch der Rolls-Royce geparkt. Und der hat aber wirklich, also nicht irgendwie zwölfmal die gleichen Hunde, sondern es ist ein Golden Retriever dabei, ein Collie dabei, ein wahrscheinlich ein Malteser oder ein Malteser Mischling, ein Bobtail, es sind kleine, clever, große Hunde, also wirklich zwölf ganz verschiedene Hunderassen und die wurden danach dann von, wird alle nochmal einzeln porträtriert im Hauseingang, also sie wurden mit der Hundeleine am Hauseingang, ja quasi festgebunden und danach mussten sie Platz machen und sitzen jetzt alle im Hauseingang einzeln als Einzelporträt und hier ist das Familienfoto quasi alle zusammen, das finde ich ist zum Beispiel sehr, ja, da kommt er seiner Leidenschaft nach, aber man findet auch zwischendurch immer mal wieder, ja, Hundebilder. Nein, das, was ich eigentlich zeigen wollte, war das Bild kurz davor und ich zeige es dir mal, es ist eine Strandszene, ein großer felsiger Strand, im Hintergrund eine einzelne Insel, die Nordsee sieht man relativ gut und ich glaube, du kannst es auch erahnen, da läuft eine nackte Frau, gerade von hinten abgebildet, ins Meer rein, die Füße sind schon im Wasser und sie wird jetzt gleich in die Wellen reinspringen und es ist die einzige nackte Frau in dem ganzen Buch, muss man auch sagen und wenn man dann sich den Index durchliest, dann kommt der Humor so ein bisschen raus, weil ich dachte, was hat er denn da jetzt fotografiert und er schreibt immer, wann er es aufgenommen hat, er hat dem Bild einen Titel gegeben und ein bisschen was, was dann da gerade zu sehen ist, also was da gerade passiert, die Jagdgesellschaft und 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 die Hunde werden auch alle mit Namen genannt, bei dem anderen Bild, das wird alles genau erklärt. Bei dem Bild hat er sich dazu entschieden, dass er nur sagt, dass auf dem, am Strand Ballar auf der Isle of Eriskay aufgenommen worden ist und erzählt dann die Geschichte von der Isle of Eriskay, wo nämlich, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, ich kannte ihn nicht, Whisky Galore, also wo ein, die SS-Politikerin ist da 1941, ja, gesunken und hatte über 40 Fässer Whisky mit an Bord und die Schotten haben dann relativ flott dieses Schiff dann geborgen und sich diesen, ja, den Whisky gesichert, eine Flasche kann man da in dem Ort immer sich noch angucken, die steht da hinter dem Tresen von dem lokalen Pub, das wird da genau beschrieben, über das Bild selber hat er gar kein einziges Wort verlassen, fand ich ganz lustig und lässt es einfach so im Raum stehen und, ja, während er es das halt sonst nicht war, das fand ich ganz nett und so hat er, so sind viele Bilder und auch andere Projekte von ihm, muss man einfach sagen, immer mit so einem gewissen Augenzwinkern dabei und, ja, also nicht so ganz bierernst, ist wirklich ein schönes Buch und stellt für mich auch, also das Schottland so wieder, wie ich es kennengelernt habe. Ja, vielen Dank, Thomas, es macht ja total Lust auf Elliot Irwitt und speziell auf diesen Bildband, also was mir bekannt war, dass er so ein Hundefan ist, ich frage jetzt mal dich, hast du irgendwie in deiner Recherche feststellen können, woran das liegt, dass er so auf Hunde steht, da macht er ja schon echt viel in seinen Werken, ne? Ja, das wird auch überall immer zitiert, dass er das mit Hunden macht, also ich habe jetzt so ein bisschen geguckt, es gab auf Arte so eine kleine Reportage, irgendwie ein paar Minuten nur, über eine Ausstellung in Paris, da wurde das natürlich direkt auch erwähnt, wenn man sich verschiedene Zeitungsartikel über ihn anlegt, aber ich habe nicht rausgekriegt, warum er das mit den Hunden macht, warum er da, ja, keine Ahnung, ich weiß nur, dass er gerne reist, das stand drin, aber warum er jetzt die Hunde, das habe ich nicht gefunden, vielleicht habe ich nicht gut genug gesucht. Also ich glaube, er hat ja fast ein komplettes Genre damit irgendwie gegründet, oder den Weg dafür bereitet, also mir fällt es total auf, wenn ich so Street-Fotografen folge, dass die immer wieder Hunde einbauen in ihre Fotografie, also Alan Scheller zum Beispiel ist das beste Beispiel, der irgendwie ständig Hunde hat und mir selber, ich war ja im Frühjahr unter anderem auch in Japan, es ist natürlich total cool, dort irgendwie so Serien zu erstellen, wie Hunde in Kinderwägen rumgefahren werden, was halt völlig normal ist in Japan, ne? Also ich komme von der Seite, allein deswegen interessiert mich Elliot Erwitt noch ein bisschen mehr, wie gesagt, ich wusste das schon, aber ich muss mir das nochmal genauer anschauen und ich war auch schon mal in Schottland und deswegen, ich konnte jetzt nur so ein bisschen immer sehen, was du mir gezeigt hast, also mir hast du so viel Lust gemacht, ich muss mir diesen Bildband unbedingt anschauen. Ganz vielen Dank für diese Inspiration. Oder nach Schottland fahren. Also ich muss sagen, ich habe, als ich die Bilder gesehen habe, überlegt, ob ich nicht sage, wann sollen wir nicht den nächsten Urlaub nochmal nach Schottland fahren, weil, wie gesagt, 2009, danach waren wir noch einmal in Schottland, aber es ist ja auch schon wieder Ewigkeiten her. Also deswegen, also Schottland ist einfach, finde ich, ein schönes Land. Ich mag das und ich muss auch gestehen, eigentlich wollte ich heute nicht ein Bier trinken, sondern mir einen Whisky dazu holen. Aber da ich ein bisschen mehr Durst hatte, dachte ich, dann nehme ich lieber doch das Bier als den Whisky dabei. Ja, also das ist es bei euch so zu Hause, dass du sagen kannst zu deiner Frau und zu deiner Familie, also passt auf, ich habe den Bildband gesehen XY und deswegen fahren wir dorthin in den Urlaub. Nein, so sagen kann ich es nicht. Ich kann aber sagen, wir können mal nochmal nach Schottland fahren. Also ich kann das als Diskussionsgrundlage geben. Aber das wird hier noch gemeinschaftlich abgestimmt und dann kann man gucken. Aber das ist halt nicht ganz so einfach, gar nicht wegen der Familie, sondern passend zu Elliot Erwitt. Wir haben auch noch einen Hund und der muss ja dann auch noch irgendwie mit. Und wir sind früher mit der Fähre, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, von Holland aus irgendwie bis nach Edinburgh gab es früher eine Fähre hoch. Das war ganz spannend. Du bist ja abends ins Schiff eingestiegen, dann bist du noch essen gegangen auf dem Schiff und bist dann am nächsten Morgen nach dem Schlafen quasi in Edinburgh angekommen, hast noch gefrühstückt auf dem Schiff und dann legt du das so, meine ich, um 10 Uhr oder irgendwie sowas in der Kante in Edinburgh an und du warst dann auf einmal schon mitten in Schottland. Das ist ziemlich cool. Aber das ist halt mit Hund nicht so ganz einfach. Den kannst du nicht die ganze Zeit im Auto lassen. Das wäre für den Hund nicht schön. Ich weiß nicht, teilweise bieten sie es an, aber das ist halt ein größerer Angang, das zu machen. Und ja, deswegen hat sich das so noch nicht danach wieder ergeben, das Ganze dann noch schon. Aber Schottland ist auf jeden Fall eine Reise wert, also das ohne Wenn und Aber. Dann machen wir das doch einfach so, das wissen jetzt wir beide und unsere Hörer, dass wir wissen jetzt schon, dass ihr nächstes Jahr nach Schottland fahren werdet. Ich wünsche euch schon mal eine gute Reise. Ja, danke. Dann würde ich sagen, Thomas, machen wir doch den direkten Übergang. Dieser Logik zufolge müsste ich nach Vancouver reisen. Nach Vancouver? Nach Vancouver mit F. Nach Vancouver mit F. Und ich möchte noch eine weitere Brücke zu deinem Bildband schlagen. Ich kann es ja nur wiederholen. Du weißt es zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht. Mein Fotograf ist kein Schwarz-Weiß-Fotograf. Meiner ist ganz im Gegenteil einer der absoluten Pioniere der Farbfotografie. Und ich halte dir jetzt mal den Bildband in die Kamera. Und ich sage schon mal, es ist Fred Herzog. Und das Buch heißt Modern Color. Da ist also quasi der Titel schon Programm. Ich glaube, es ist ein sehr bekannter Bildband, auch wenn er ähnlich wie deiner relativ jung ist. Also Modern Color wurde 2017 auf den Markt gebracht. Und es ist quasi die Monografie zu Fred Herzog. Aufnahmen, die behandelt sind, sind so etwa von Ende der 1950er Jahre bis in die frühen 70er. Und das ist ja eine Zeit, in der eigentlich die Farbfotografie total verpönt war. Und die hat man genutzt irgendwie, um mal eine Postkarte zu fotografieren. Aber alles, was ernsthaft war, alles auch, was künstlerisch angehaucht war, war natürlich schwarz-weiß. Und wir sprechen jetzt tatsächlich auch noch von quasi einer Generation von Fotografen, bevor diese New-Color-Bewegung aus den 70er Jahren sich gegründet hat um Joel Mayrowitz oder Stephen Shore. Fred Herzog ist noch mal ein bisschen früher. Und er hat eigentlich das Ganze zum Beispiel mit einem Soul-Lighter auch so ein bisschen angestoßen. Aber auch wie du will ich erst mal auf Fred Herzog selber eingehen. Er hat eine gar nicht so ganz unterschiedliche Geschichte zu Elliot Irwitt. Geboren 1930. Und auch deswegen habe ich ihn ausgewählt, Thomas. Er wurde geboren in Stuttgart-Bad Cannstatt. Ja, da müssen wir nachher noch mal drüber sprechen, über Stuttgart-Bad Cannstatt. Und ist dann tatsächlich in Rottweil zur Schule gegangen. Rottweil ist also wirklich meine Heimat. Das ist quasi eine kurze Autofahrt von der Gegend, in der ich groß geworden bin. Nichtsdestotrotz wird er eigentlich nicht als Deutscher betrachtet. Er ist kurz nach dem Krieg als junger Mann, die Eltern waren schon gestorben, ist er 1952 nach Kanada ausgewandert. Und ist deswegen auch kanadische Staatsbürgerschaft ab 1953. Hat er dann in Vancouver gelebt. Und das ist eben auch die Stadt, die er porträtiert hat. Also er ist tatsächlich einer, der in gewisser Form auch die Street-Fotografie mitbegründet hat. Von der Seite gesehen, dass er sich wirklich eine Stadt vorgenommen hat. In diesem Buch, das ich dir jetzt vorstelle, ist Vancouver nicht alleine drin. Aber ich würde mal sagen, so 80 Prozent aller Aufnahmen beschäftigen sich mit dieser Stadt. Und es ist eine sehr ruhige Art der Street-Fotografie. Also er gefällt mir extrem gut, weil er jemand ist, der sich wirklich Zeit lässt zum Komponieren. Das merkt man dieser Fotografie an. Wir reden ganz viel über Linien. Wir reden sehr, sehr viel über Symmetrie. Wir reden gar nicht so oft über den Decisive Moment, wie wir ihn der Street-Fotografie kennen. Da gibt es ein paar schöne Ausnahmen. Aber eigentlich ist er eher jemand, der sich tatsächlich in Ruhe sein Motiv sucht und dann wartet, bis die Protagonisten, also die Menschen in dem Fall, richtig angeordnet sind und in das Motiv reinlaufen. Ich fange mal direkt an, Thomas, mit dem Titelbild. Das Titelbild findet sich tatsächlich auch im Buch Inneren. Wir reden übrigens tatsächlich über einen richtigen Schinken. 230 Aufnahmen, tatsächlich 320 Seiten. Ich habe ja schon gesagt, das ist eine Monografie, die man tatsächlich sowohl neu, um die 40 Euro, als auch gebraucht, um die 26 Euro, immer noch erstehen kann. Ich möchte mein Urteil schon mal vorwegnehmen. Also für 26 Euro gebraucht in einem guten Zustand, das kann ich also wirklich jedem nur ans Herz legen. Und was man auf dem Titelbild sieht, ist eine Innenaufnahme eines Barber-Studios in Vancouver. Ich zeige dir mal dieses Bild. Das ist quasi die bekannte Aufnahme, die auf dem Titelblatt ist. Man sieht dort, wie man tatsächlich aus den Scheiben nach draußen schaut. Wir sehen auf der linken Seite die Innenansicht. Dort hängen einige Portraits an der Wand. Und auf der rechten Seite haben wir schon dieses typische Rot, die typische Farbe, die eben in diesen Bildern zu Hause ist. Wir haben auch einen Mann, der lang schreitet. Und genau das habe ich gemeint, immer zum richtigen Zeitpunkt aufgenommen. Und was ganz toll ist, dort draußen vom Bürgersteig aus ist die Gegenaufnahme auf der gegenüberliegenden Seite gemacht worden. Das ist ohne Zweifel derselbe Barber-Shop. Einmal von innen, einmal von draußen. Wunderbar gegenübergestellt. Und auch hier haben wir wieder einen Protagonisten, der sehr gut und entlang einer Symmetrie sich hier bewegt. Und was ich mag an dieser Doppelseite, und das zieht sich durch das ganze Buch durch, sind diese unfassbaren Farben. Wie gesagt, er war ein Farbfotograf der ersten Stunde. Das liegt sicherlich auch daran, dass er Berufsfotograf war. Er hat also im medizinischen Bereich Aufnahmen gemacht. Und ich vermute mal, dass er deswegen auch sehr leicht Zugang hatte zu vielen Filmen. Farbfilme waren noch teurer, als ohnehin schon die Fotografie zu der Zeit. Und er hat durchgehend in diesem Werk, abgesehen von ein paar Schwarz-Weiß-Aufnahmen, zu Beginn seiner Laufbahn, hat er mit dem Kodachrom-Film gearbeitet. Also ein Dia-Film. Und jeder von... Hast du schon mal Dia fotografiert, früher, Thomas? Genau, du hast genickt. Du hast auch schon mit Dia-Film fotografiert. Dann weißt du natürlich, der verzeiht deutlich weniger als so ein Farbnegativfilm. Da muss man sehr genau belichten. Und das ist wirklich erstaunlich hier. Also er hat so toll belichtet. Und es passt alles. Es sieht aus, dass er sehr viel in den frühen Morgenstunden gearbeitet. Und die Rottöne, man sagt, das sind so typische Kodachrom-Rottöne, die sind sehr, sehr auffällig, sehr, sehr präzise. Es sind aber auch tatsächlich die Blautöne, die mich so begeistern. Es ist wirklich schwierig zu beschreiben. Das Blau ist sehr, sehr ungesättigt in diesen Bildern, für mein Sehempfinden. Und das Rot ist total gesättigt. Und das Rot ist ja, ich habe es schon gesagt, ist ja auch die Farbe. Thomas, das sieht man übrigens auch, wenn ich dir das nochmal kurz zeigen darf. Dieses rote Vorsatzpapier ist auch ganz toll. Also wenn du den aufklapst, das ist wirklich in Rot gehalten. Ist fast schon Leica-Rot. Und er hat ja auch fotografiert mit seiner Leica M3. Später mit einer Nikon F, glaube ich. Und ich würde dir jetzt mal mein Lieblingsbild zeigen. Nach dieser Doppelseite, Bürgersteig rein, Bürgersteig raus, was wir eben auch schon auf dem Bookkeeper finden. Und ich blätter genau eine Seite zurück auf die Doppelseite 82, 83. Schau mal hier. Was wir sehen, sind zwei Hafenarbeiter, die quasi auf einem Brett sitzen und weit über dem Boden den Rumpf eines sehr, sehr großen Schiffes lackieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Thomas. Mich hat dieses Bild sofort erinnert an, denn es gibt so eine Aufnahme, Lunchtop, Top Skyscraper aus den 30er Jahren, wo so ganz viele junge Arbeiter in Manhattan ganz weit oben sitzen und irgendwie so die Mittagspause haben. Und man weiß ja bis heute nicht, ist es ein Fake, ist es kein Fake. Man weiß auch nicht, wer das Bild gemacht hat. Das ist nicht alles so ganz klar. Und so ein bisschen ist dieses Bild auch so. Aber was mich hier begeistert, sind diese Farben. Du siehst es, die Komplementärfarben, Blau, Gelb, Orange dazwischen. Dann haben wir Schattenlinien. Wir haben Strukturen. Das ist Fotografie, wie ich sie liebe und wie ich sie manchmal selber auch versuche. Wenn ich mir so meine Bilder anschaue, die sind im Großen und Ganzen auch immer, habe ich das Gefühl, sehr, sehr strukturiert. Und irgendwie spricht es total an. Und auch hier haben wir wieder dieses Kodachrom-Rot, diese Eimer mit diesen gerade Linien, die nach unten ragen. Wir haben im Hintergrund einen Schornstein, der dünn gerade nach oben geht und dann ein totales Chaos wieder zeigt durch seinen Rauch. Und das ist so ein bisschen das, was auch immer wieder zitiert wird von ihm. Er schafft es, gerade von Vancouver, auch die ganz vielen Straßenschilder. Alles ist ein großes Durcheinander. Und er schafft es mit seiner Fotografie tatsächlich alles zu ordnen und alles zu sortieren. Und nochmal, ich kann es nur wiederholen, zu einer Zeit, als Farbfotografie völlig verpönt war. Ich habe ein super spannendes Zitat dazu gefunden in den Anmerkungen. Also insgesamt drei Fotografen haben hier mit dem Anschluss noch Kommentar geschrieben. Und einer davon hat Fred Herzog zitiert. Und das möchte ich dir einmal vorlesen. Und zwar sagt er, Wie wir wissen, dass Freiheit und frisch gefangener Lachs etwas Gutes sind, wussten wir damals, dass Farbe nur für schöne Ansichten eingesetzt werden sollte. Landschaften, Schwäne, Blumen, Sonnenuntergänge, knorrige Bäume und brennende Kerzen waren in Ordnung. Alles andere wurde mit hochgezogenen Augenbrauen quittiert. Und er kommt dort dann mit seiner Farbfotografie ins Spiel. Ja, und für mich ist das eigentlich ein Übergang tatsächlich zu seinem bekanntesten Bild. Das wirst du, bin mir sicher, werde ich dich auch gleich nochmal fragen. Fred Herzog ist dir natürlich auch ein Begriff und dieses bekannteste Bild von ihm. Ich beschreibe es vielleicht erstmal, bevor ich es dir zeige, Thomas. Ich kann so viel schon vorwegnehmen. Es hängt in Wetzlar, in der Laika-Welt, in der Ausstellung, die da heißt 36 aus 100. 36 ist angelehnt an den klassischen Film mit den 36 Aufnahmen, den Kleinbildfilm aus 100 Jahren. Und Laika wollte quasi 36 ikonische Fotografien, die mit Laikas gemacht wurden, zusammenstellen aus 100 Jahren. Es dürfen nur 36 Bilder sein und dieses Bild hat es hier hereingeschafft. Was sehen wir? Wir sehen eine Straßenaufnahme in Vancouver, typische Straßenfotografie und ein Mann im weißen Shirt winkt, steht an der Bushaltestelle und winkt ein Taxi, einen Bus herbei, raucht eine Zigarette und hat eine Hand einbandagiert. Also man hat schon dieses Weiß sehr, sehr häufig in der Wiederholung. Am Kinn hat er irgendwie die Reste von seiner Rasur, da hängt noch ein Papier runter und in der Verlängerung dahinter steht eine ältere Frau, die ihn verwundert anschaut, und die ein paar weiße Handschuhe in der Hand hält. Das ist also eine Wiederholung von Motiven, die einfach unfassbar ist. Das hier ist das Bild, jetzt zeige ich dir das und es ist halt wirklich wunderbar, lass uns doch mal daran erinnern, dass es hier auch darum geht, diesen Film korrekt zu belichten und wie die Leute, das Licht generell, wie die perfekt ausgelichtet sind. Die Perspektive, die Personen stehen in einer richtigen Spannung rein visuell da entlang dieser Linien, das wirst du nicht sehen, dahinter steht noch so ein roter Mülleimer, man könnte schon sagen, das ist ein roter Fred Herzog Mülleimer und dahinter kommen nochmal zwei Personen und was du jetzt eben hier siehst, ist dieses weiße Papier im Gesicht, das weiße Shirt, die Bandage, die weiße Zigarette und dahinter eben diese ältere Dame, die noch zwei weiße Handschuhe in der Hand hält. Also für mich ist es wirklich eine wahnsinnig tolle Aufnahme und die kann man sich ewig anschauen. Der Grundton der Aufnahme ist ja wiederum dieses Blau, dieses entsättigte Blau und du siehst schon, worauf ich hinaus will. Also dieses Buch heißt nicht umsonst Modern Color und aus dem Grund beschäftigt es mich auch total und ich muss sagen, dass das für mich eigentlich fast schon die perfekte Fotografie ist hier an dieser Stelle, weil wir haben eine Story, wir haben eine Spannung, wir haben Linien, wir haben Perspektiven, wir haben tolle Farbkontraste und das alles, die Aufnahme ist von 1968 in Farbe fotografiert in einer Zeit, wo es eben diese Farbe in der Form noch nicht gab. Und das Bild ist so ein bisschen eigentlich für Fred Herzog eine Ausnahme, weil ich habe ja schon gesagt, er war im Normalfall oder in üblicher Weise immer der, der irgendwo stand und gewartet hat, bis irgendwas passiert, bis sich die Elemente arrangiert haben und hier hat er wirklich die Street-Fotografie einmal anders gepflegt. Er hat also diesen Moment, diesen Deceive-Moment hat er hier eingefangen und natürlich war da ganz viel Glück dabei, aber das ist wirklich ein Perfekt-Shot von ihm. Ja, und damit muss ich sagen, könnte ich jetzt, also könnte man noch weitermachen, man könnte die Verwandtschaft zu Robert Frank, The Americans bringen, man könnte es so leiter, wie er New York fotografiert hat, was glaube ich für ihn richtig wichtig war, dass er schon in der Zeit, in den 50er, 60er, 70er Jahren hat er Vancouver porträtiert mit der Idee, diesen Verfall der Stadt und dieses, was sich dort ändert, das irgendwie festzuhalten, ist auch durchaus kritisch zu sehen. Also er ist, glaube ich, auch ein bisschen Stadtsoziologe gewesen, er war aber eben auch ein Wissenschaftler, der sehr genau mit Linien gearbeitet hat, der sehr genau arrangiert hat und ich glaube, er hätte hier ein Werk hinterlassen, er hat es geschafft, diese Großstadt im Kleinstädtischen irgendwie festzuhalten und damit auch so ein Bild zu zeichnen der 50er und 60er Jahre, die halt heute wirklich ein Teil des kollektiven Gedächtnisses sind. Letzte Bemerkung zu ihm, wir haben ja schon festgestellt, er hat auf diesen speziellen Diafilm fotografiert, zu dieser Zeit gab es eigentlich keine Technik, die Diaz farbgetreu zu printen. Also ein Bildband in den 70er Jahren, nachdem, was ich gelesen habe, wäre eigentlich in der Form gar nicht möglich gewesen. Er musste wirklich warten, bis sie digitalen Technologien auf den Markt kamen, die geschafft haben, die Kodachrom-Dias dann so zu übersetzen, dass sie geprintet werden könnte, so wie wir es heute anschauen können. Deswegen ist es eigentlich auch kein Zufall, dass sein Bildband erst 2017 erschienen ist, zwei Jahre bevor er dann gestorben ist. Ja, das ist mein erster Bildband gewesen, den ich dir vorstelle. Und ja, du hast Fred Herzog wahrscheinlich auch schon mal in der Hand gehabt, oder? Ja, Fred Herzog kenne ich, den Bildband kenne ich nicht. Ich wäre auch bei F nicht unbedingt draufgekommen. Und Vancouver, muss ich gestehen, hatte ich ihn jetzt auch nicht. Also ich wusste nicht, wo er genau, also Amerika ja, aber wo jetzt da, konnte ich nicht verorten. Was ich aber ganz schön fand, jetzt bei den Bildern, die du gezeigt hast, ich fand, sie hatten auch alle ein Stück weit eine Gemeinsamkeit. Du hast als erstes das Bild gezeigt mit dem Barbershop. Da war im Fenster das, der, 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 der farbige Element, das farbige Element, die rote Schrift. Der Rest vom Barbershop, das hätte ja fast eine Schwarz-Weiß-Aufnahme sein können. Das war ja alles sehr monochrom gehalten. Das gleiche gilt auch für das zweite Bild mit dem großen Schiff und den Menschen, die das Schiff da lackiert haben und dem Hintergrund wieder so ein Schwarz-Weiß-Effekt, nämlich dieser Schornstein, den du beschrieben hast. Auch da gibt es wieder so einen Kontrast. Auf der linken Bildhälfte das farbige und auf der rechten Bildhälfte dann wieder das Monochrome. Und so fand ich es gerade auch bei dem letzten Bild. Das kannte ich nicht. Ich war noch nicht in Wetzlar, ich kannte nicht die Ausstellung. Ich glaube auch nicht. Ich hatte gerade eben überlegt, ob das vielleicht die Bilder sind, die dann auch in dem Bildband von Leica Inspiration oder Inspiration Leica Academy gibt es in so einen schwarzen, dicken Bildgamm. Ich glaube nicht, dass das drin ist. Also ich kann mich zumindest jetzt nicht erinnern. Aber auch da fand ich, dass da so ein großer Kontrast ist. Du hast den Menschen, den du ja detailliert beschrieben hast, die ältere Dame, die du detailliert beschrieben hast und die ganze linke Hälfte ist eher auch wieder so ein bisschen monochrom gehalten, während dann die farbigen Elemente in der anderen Ecke spielen. Das scheint sich dann so durchzuziehen, zumindest auf den Bildern, die du jetzt gerade gezeigt hast, fand ich einen ganz tollen Tipp. Ich finde, sie haben auch sehr viele Ähnlichkeiten, muss man sagen. Sie sind ja beide ungefähr gleich alt. Beide, ja gut, er lebt nicht mehr, aber ist auch alt geworden, hat also auch eine lange Zeit der Fotografie geprägt. Das gleiche gilt für Erwitt, das muss man sagen. Das sind ja schon noch gewisse Parallelen, auch wenn natürlich sich die fotografische Gestaltung komplett unterscheidet. Ich finde auch, Thomas, wir haben beide eine richtig gute Auswahl getroffen. Also gute, das ist natürlich, wenn man das Motto berühmte Fotografen hat, dann ist das ja fast schon Hygienefaktor, möchte man sagen, das ist ja fast schon klar, dass das tolle Fotografien sein werden. Aber ich finde, wir haben beide insofern auch tolle Bildbände ausgewählt, weil wir gegenseitig uns eine ganze Menge Neues zeigen konnten. Wir hatten ja eigentlich mal die Idee gehabt, dass wir jetzt irgendwie so eine Art Gewinner küren zwischen den beiden Bildbänden, aber ich muss, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es so, würde mir jetzt wirklich schwer fallen, wenn wir jetzt irgendwie so Gedanken haben, dass wir irgendwann mal unsere besten Bildbände vielleicht nochmal besprechen wollen oder nochmal genauer anschauen wollen. Mein Gefühl sagt mir, wir müssten eigentlich beide nominieren für eine etwaige nächste Runde. Also ich muss, ich muss sagen, das war jetzt auch das, was ich mir gerade eben überlegt habe, was machst du jetzt, weil das ist ja, das war ursprünglich die Idee, das müssen wir vielleicht den Hörern einmal kurz erklären, die ursprüngliche Idee zu überlegen, dass man sagt, naja, gibt es irgendeinen, den man quasi in so einer nächste Runde wählen würde, den man irgendwie sagen würde, der könnte in die Auswahl kommen für das beste Bildband des letzten Jahres oder irgendwie sowas. Aber sie sind ähnlich, aber dann doch wieder unterschiedlich und da jetzt irgendeinen zu sagen, besser oder schlechter, das habe ich mir gerade eben schon gedacht, das fällt mir enorm schwer und da jetzt zu sagen, ja gut, dann nehmen wir den. Ich finde, sie sind beide wirklich herausragend und insofern lassen wir den Punkt einfach. Das denke ich auch und dann kommen wir uns auch nicht ins Gehege, Thomas. Wir können das ja auch so machen, vielleicht haben ja die Hörer, also der eine oder andere von euch, vielleicht hat der Lust, uns zu schreiben, wie er oder sie denn die Bildbande findet. Vielleicht habt ihr auch Favoriten und eigentlich, Thomas, könnten wir ja in der nächsten Folge, wenn wir denn ein paar Zuschriften kriegen und es irgendwie passt, könnten wir nochmal drauf eingehen. Also wir finden jetzt heute keinen Sieger an der Stelle und ich würde sagen, wir gehen mit einem sportlichen Unentschieden vom Feld. Das ist eine gute Idee. Dann würde ich auch sagen, kommen wir eigentlich schon zum Ende. Bücher haben wir jetzt genug. Ganz kurz, sportliches Unentschieden. Du sitzt in Hamburg. Dein Herz schlägt, aber für den VfB. So ist es. Und Thomas, danke, dass du mir diese Brücke baust. Du hast es vorher schon gesagt, wir schreiben jetzt den 12. Oktober. Dass du mir diese Zeit gibst, das muss ich jetzt richtig auskosten. Fußballfreunde wissen es. Der VfB Stuttgart ist völlig überraschend. Also mein Verein seit vielen, vielen Jahren und glaub mir, ich habe da echt viel mitgemacht. Von Abstiegen bis, ja, es waren nicht immer die schönsten Zeiten. Aber jetzt so völlig überraschend Platz 2 mit dem erfolgreichsten Torschützen nach sieben Spieltagen aller Zeiten. Thomas, danke, dass du mich fragst. Ich muss sagen, mir geht es richtig gut. Ich kann es auch noch insoweit untermauern, dass ich hier in Hamburg noch eine zweite Liebe habe, nämlich den FC St. Pauli. Während Stuttgart Platz 2 in der ersten Liga ist, St. Pauli Platz 1 in der zweiten Liga. Also es kann eigentlich gar nicht besser gehen. Und deswegen traue ich mich gar nicht zu fragen und ich glaube, das sollten wir eigentlich auch mal immer wieder machen, auch in den nächsten Folgen, wie es uns eigentlich geht mit unseren Vereinen. Vielleicht noch ein Satz, natürlich wird der VfB nicht deutscher Meister und wird auch nicht im Europapokal nächstes Jahr spielen. So überheblich wollen wir Fans nicht sein, aber wir genießen jetzt das und wir freuen uns auch einfach mal vor den Bayern zu stehen. In dem Sinn, Thomas, du bist Fan von Borussia Mönchengladbach. Das ist ja kein Geheimnis, aber wie geht es dir damit? Gut. Nein, ja, also ich kann natürlich jetzt hier nicht solche Lobesünden haben. Wir haben auch keinen Gürassi im Team, der irgendwie 13 Tore hat und während letztes Jahr Völkug 16 hatte und das Ganze nach zwölf Spieltagen. Aber ja, gut, in Gladbach ist sicherlich Umrohr und es ist nicht alles super. Die Lage ist bei Weitem nicht so rosig, wie sie momentan in Stuttgart oder auch in St. Pauli ist, aber ich glaube, man muss halt wirklich sehen, dass die Einstellung der Mannschaft ganz gut stimmt. Also es ist, ja, gegen Leverkusen kann man verlieren, gegen München kann man verlieren. Die anderen Spiele, die da unentschieden ausgegangen sind, sind schon ein bisschen ärgerlich dabei, aber man hat zumindest gesehen, dass die Mannschaft will und vielleicht ist das momentan die Situation, mit der man sich anfreunden muss, dass Gladbach in einem Unbruchprozess ist, dass man nicht ganz oben mitspielen kann und dass man sich so ein bisschen stabilisieren muss, dass da irgendwie das Engagement zählt. Die Stimmung, die Fans, die sind noch da. Man muss natürlich gucken, wie lange das Ganze gut geht. Aber ja, also insofern geht es mir gut damit und es gehört ja auch dazu, dass man mit seinem Verein auf und ab erlebt und wir haben beide Vereine, die ja nicht nur oben mitschwimmen, sondern die ja dann auch mal auf und ab haben und insofern ist das momentan so und ich kann da gut mit leben, muss ich sagen. Thomas, das führt mich aber zu der Frage tatsächlich, kurze Frage, kurze Antwort, wo steht Gladbach am Saisonende? Vor Stuttgart. Also im Augenblick sieht es ja nicht so aus, aber ich würde sagen, das lassen wir einfach mal so stehen. Also wir haben durchaus unterschiedliche Gefühlslagen. Aber eine Sache, Thomas, die eint uns ja auch in Sachen Fußball und zwar, das können die Hörer nicht wissen, aber das erzählen wir gerne. Wir waren vor ein paar Wochen gemeinsam bei Altona 93 und Thomas, bevor ich dich gleich mal nach deinem Gefühl zu Altona 93 frage, was du damals erlebt hast, müssen wir den Hörern vielleicht in aller Kürze erklären, wir sind ja kein Fußballpodcast, aber so viel Geschichte muss sein. Altona 93 ist ein Fünftligist in Hamburg, allerdings einer von vier Gründungsmitgliedern des Deutschen Fußballbundes und war so in den 1910er, 20er Jahren eigentlich einer der Topmannschaften Deutschlands und auch noch in den 50er Jahren war Altona zeitweise auf Augenhöhe mit dem HSV hier in Hamburg und ab dann ging es tatsächlich ein bisschen bergab, aber nichtsdestotrotz das Stadion, in dem gespielt wird, ist über 100 Jahre alt, es ist eine ganz besondere Fankultur, hier treffen sich ganz, ganz viele verschiedene Fangruppierungen und ich glaube, aber damit würde ich mal an dich übergeben, nach deinem Eindruck, wir waren dort auch natürlich zum Fotografieren, man hat dort das Gefühl, man ist wirklich, man entflieht diesem kommerziellen Fußball, dem wir doch alle oder viele von uns kritisch gegenüberstehen und da kriegt man noch was richtig Authentisches in Altona präsentiert, oder Thomas? Wie hast du das empfunden? Definitiv, also wir sind ja dazu gekommen, dass ich versucht habe, die Bundesliga-Stadien zu sammeln, fotografisch zu sammeln und zu besuchen für mich und daraus einfach so eine kleine Sammlung zu machen, jetzt ist Altona 93 sicherlich kein Bundesligist, aber du erzähltest mir, dass dann das Stadion, die alte Adolf-Jäger-Kampfbahn, über kurz oder lang in den nächsten Jahren abgerissen werden wird, es wird ein neues Stadion geben und das ist ja was, was wir hier in Gladbach ja auch schon mal erlebt haben, der sagenumwobene Bökelberg, den gibt es halt schlicht und ergreifend nicht mehr, der ist weg, da kann man jetzt, da ist zwar noch irgendwo so ein kleines Denkmal, aber das Stadion ist weg, es gibt jetzt einen wunderschönen Borussia-Park, aber das ist ein modernes, großes Stadion, was den Ansprüchen des modernen Fußballs sicherlich mehr als genüge tut, aber nicht mehr so eine, nicht mehr so diese ganz klassische Ausstrahlung hat, wie es ein Stadion hat, was mitten in der Stadt liegt und ja, halt einfach da, ja, so einen eigenen Eindruck hat und das wird ja ein Schicksal sein, was möglicherweise Altona ähnlich passiert und so sind wir ja dazu gekommen, dass ich sagte, das muss man sich ja noch angucken, bevor es weg ist, was nützt es mir, wenn ich in drei Jahren nach Hamburg komme und dann von dem Stadion halt nichts mehr sehe, sondern irgendwelche Büro- oder Wohnkomplexe, die dann da stehen und das war ja so ein bisschen der Hintergedanke und das war auch der Grund, warum wir dann ja die Fotos gemacht haben, vielleicht muss man in drei Jahren dann nochmal hinfahren und die Fotos dann machen, die dann da sind und das Ganze gegenüberstellen, aber was ich erlebt habe, war halt wirklich angenehmer Fußball, eine angenehme Atmosphäre, ich weiß gar nicht, wir hatten ja einen Tag mit, die Wetterbedingungen waren jetzt nicht die besten, es hat in Strömen geregnet, aber es war trotzdem sehr, sehr angenehm und es war hanseatisch, ja, hanseatisches Wetter, aber ich fand es, ich fand es wirklich, wirklich nett, die Menschen waren nett, wir waren ja danach dann noch so ein bisschen in der Stadion-Gaststätte und es war eine angenehme, wohlwollende Atmosphäre, der Fußball war gar nicht schlecht, muss man sagen, also wir reden über Oberliga-Fußball und ich fand den erstaunlich ansehnlich, ich muss gestehen, ich hatte jetzt wirklich gedacht, dass das auf einem anderen Niveau stattfindet, ich hatte auch schon Spiele in der Kreisliga geguckt und da ist Oberliga schon deutlich, deutlich, deutlich besser und das fand ich gut, aber ich fand die Stimmung war insgesamt auch sehr angenehm und es ist halt, es ist halt sehr ursprünglich, es gibt eine Bratwurstbude, es gibt einen Bierstand, du stellst dich an den Spielfeldrand beziehungsweise auf die, wir haben uns ja den Luxus gegönnt, wir haben uns Tribünenkarten genommen, also wir konnten uns an die kleine Turbine stellen oder setzen oder halt einfach an den Rand stellen, das war schon, das war schon angenehm und das ist halt einfach so, Fußball für das, was man braucht, sehr viel mehr braucht sich, man braucht keine, ja, man braucht da jetzt nicht, also ich bin mit der Bratwurst sehr zufrieden, ich brauche jetzt nicht da noch fünf andere Sachen, die man da haben müsste zum Essen, man braucht auch keine große Showprogramme in der Halbzeitpause oder irgendwas anderes oder vorher, nee, nee, es reicht, wenn die Mannschaften aufs Spielfeld kommen, es angepfiffen wird und hinterher wird abgefiffen und man, ja, trinkt noch ein Bier und das war's. Das finde ich ist schon, ähm, das ist schon ausreichend für mich als Fußballerlebnis und das hat man da wirklich schön gekriegt und wie gesagt, die Atmosphäre ist wirklich sehr angenehm und ich bin mal gespannt, das werde ich jetzt auch beobachten, also was Altona macht, werde ich beobachten, aber ich möchte vor allen Dingen sehen, wie er dann auch der Umzug schafft von dem einen Stadion ins andere, das ist immer eine heikle Kiste, weil natürlich wird man, wenn man heute ein Stadion baut, auf moderne, ähm, auf eine moderne Anlage setzen, weiß ich nicht, welcher Rasenform und so weiter, welches, welche Tribüne, ob es eine Tribüne geben wird, ähm, das, das muss man gucken und ob die Fans das dann auch mitnehmen, also ob die dann so mitgehen und das kann man vielleicht auch fotografisch festhalten und dann auch mal so diesen, diesen Schlag zum, zum Fotothema zu haben ähm, und das fand ich so reizvoll, dass man es jetzt mal erlebt, ich werde auch nochmal kommen, ich muss ja schon sagen, ich war so ein bisschen, ähm, ja, begeistert, ich verfolge seitdem, äh, das Geschehen um Altona 93, ich merke, dass auch da nicht alles Gold ist, was glänzt, wenn ich sehe, dass da neun Spieler, äh, spielen, die plötzlich dann, äh, nicht spielberechtigt waren und ein Spiel deswegen annulliert, annulliert wird, dann ist das etwas, das kenne ich ja sonst nur von Uerdingen hier bei uns um die Ecke, mein, 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 ja, mein Verein aus, aus Kindertagen, da war ja groß, ähm, die haben ja in den letzten Jahren durch sowas sehr viel Schlagzeilen machen können, aber, ähm, naja, aber trotzdem war es eine schöne, schöne Erfahrung. Ja, ich finde auch, und ich, ich muss auch nochmal den, den, den Bogen zum Fotografischen schlagen, ich finde halt, dass einfach, du hast vollkommen recht, das wird es irgendwann nicht mehr geben, allein deswegen ist es schon zum Fotografieren prädestiniert, aber man hat dort im Stadion und beim Fußball auch so viele Details, die man mitnehmen kann, so eine Anzeigentafel, die von Fans selber gemacht wurde, wo die, der Torstand noch reingeschoben wird, dann, dann wird immer, wie dort angestoßen wird, wie dort gefeiert wird, die Hunde, die dann mit auf dem, am Spielfeldrand mitfeiern, wie die Spieler einlaufen, wie die Trikots aussehen, die Fanfreundschaften, da gibt es eine ganz enge Fanfreundschaft zu einem, zu einem englischen Verein, der ähnlich Unterklassik spielt, die Einlaufmusik, die kann man jetzt zwar nicht fotografieren, aber all das zusammen schafft so eine Atmosphäre, auch mit dem Wissen, dass dieses Stadion, ich glaube, es sind 120 Jahre am Stück wird dieses Stadion bespielt, es ist fotografisch einfach unglaublich spannend und jetzt kann ich vielleicht noch ein bisschen Werbung machen, weil übernächstes Wochenende es wird der, es wird der, jetzt muss ich schauen, es wird der 21. Oktober sein, spielt Alltor 93, ein klassisches Ligaspiel, gegen Viktoria Hamburg und das gilt tatsächlich als das älteste Stadtderby Deutschlands, also vergesst Hertha BSC gegen Union Berlin, vergesst 1. FC Köln gegen Fortuna Köln oder 60 gegen die Bayern, VfB gegen die Kickers, wird uns noch mehr einfallen, glaube ich, tatsächlich Alltor 93 gegen Viktoria Hamburg, ein unfassbar spannendes Spiel mit sicherlich einer guten Stimmung und davon werde ich sicherlich im nächsten Podcast mit den nächsten Bildbänden dir dann berichten, lieber Thomas. Okay, das ist gut. Dann lass auch zum Ende kommen mit Blick auf die Uhr. In erster Linie geht es ja um Fotobücher, aber ich denke, es kann man auch durchaus mal ein Thema rechts und links haben und ich finde, Fußball ist immer ein Thema, was auch Platz im Podcast haben kann, ist zumindest meine Meinung. Ich würde mich freuen, wenn Feedback kommt, wenn man den Eindruck von diesem neuen Format mit uns teilt. Ich plane dennoch auch, ich nenne es jetzt mal ganz klassische Folgen, in denen Fotografen Bücher vorstellen können, wo ich mit Autoren über Bücher sprechen könnte, das wird es weiterhin geben, aber wir versuchen trotzdem auch regelmäßig ein solches Format zu machen, wo wir dann einfach uns gegenseitig Bücher vorstellen, die quasi die Fotobuch-Plauderecke, einfach, dass man da so ein bisschen auch mal andere Bücher von Fotografen kennenlernt, die einfach nicht mehr zum Gespräch bereitstehen und das finde ich gar nicht schlecht. Wir werden uns wieder ein neues Thema ausdenken, was wir dann beim nächsten Mal vorstellen werden. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Ich freue mich auch drauf, Thomas. Sag jetzt schon mal vielen Dank und kann mich nur anschließen, liebe Hörer. Schreibt uns, wie es euch gefallen hat und wenn ihr auch eine gute Idee habt für ein Motto oder für Bildbände, auch das ist natürlich sehr, sehr willkommen und dir, Thomas, ganz vielen Dank für die Einladung zur Fotobuch-Plauderecke. Ich freue mich, dass du mit mir das machst. Also ich bin da ganz, ganz toll, dass wir das zusammen machen, dass wir uns da quasi gegenseitig Bälle hin und her schieben. Danke dafür und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020